Es war, man könnte es beschreiben, wie es würde eine Urgewalt in diesem Pferd ausbrechen, in die Welt freigesetzt werden und alles andere in der Umwelt stirbt einfach wie so eine Atombombe, einfach so. Pflanzen gegen Zombies Die sabbernden Pricks freuen den Idioten, während die wankenden, aus dem Altersheim entsprungenen Senioren von Blümchen abgehalten werden. Pflanzen gegen Zombies Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Plants vs. Zombies. 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 Das deutsche Wort Zombies ist schon ein bisschen ekelhaft, fällt mir gerade auf, wenn ich so Zombies ausschweige. Ich schweife wieder ab. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Das letzte ist ja auch wieder so ein, zwei Tage her. Aber ich habe sowas zu meiner Verteidigung zu sagen. Ich hatte sehr wichtige Dinge zu tun und die musste ich unbedingt erledigen, weil es war wirklich sehr, sehr wichtig. Fuck. 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 Da konnte ich nicht drum rum gehen, okay? Und außerdem musste ich endlich mal Harry Potter wieder vollständig gescheit anschauen, weil ich das als Kind immer angeschaut habe. Aber nie wirklich so richtig und dann habe ich da nie wirklich was gecheckt und dann dachte ich mir, hey, das ist ein Typ, der kann zaubern. Dann ist da noch so ein böser Typ. Und am Ende passieren ganz komische Dinge. Leute sterben, Leute sterben nicht. Welt wird gerettet oder so. Und jetzt schaue ich es wieder an und bin jetzt voll auf dem Stand. Krass, gell? Blenden für Zombies, das ist jetzt auch seit Längerem nicht mehr gekommen. Wir sind jetzt immer noch bei der Nacht. Was letztens mal passiert ist, kann ich nicht sagen. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass wir bald aus der Nacht wieder rauskommen werden. Lass mich nur schnell überlegen, was ich hier noch alles mitnehmen muss. Aber ich glaube, das passt alles an den Pflanzen. Wir sollten mal aus der Nacht rauskommen. Und was als nächstes kommt, kann ich noch nicht ganz sicher sagen. Ich weiß es nämlich selber nicht. Uns fehlen noch eins. Also wenn man es streng genommen sieht, dann fehlen uns glaube ich noch eins, zwei Dry Locations. Beziehungsweise Variationen von den Locations, an denen wir schon waren. Bei denen wir schon waren. Ist es nicht schön, wieder hier zu sein? Wieder im Vorgarten zahllos Zombie-Köpfe umherschmeißen, sie zerfetzen und uns selber dabei zu beschützen? Ich weiß, es ist doch schön. Wer weiß, vielleicht will dieser Zombie nur zum Kaffeekränzchen kommen. Hier zum Beispiel schlafe nur. Irgendwann mal wacht er vielleicht auf und denkt sich, hey, da ist ein schöner Nachbar. Den würde ich mal besuchen gehen und Hallo sagen. Aber was wir stattdessen machen, ist komische Sporenpilze pflanzen. Und ich will immer noch nicht ganz wissen, was die Sporen im Zombie dann so machen müssen. Der gibt ein Gitarren, das ist widerlich. Du sollst dich danach duschen. Zombie. Es ist nicht gesund, wenn du Pilzsporen in dir hast. Am Ende ist es dann wie bei The Last of Us. So diese Zombies, das ist nicht nur die normalen, ich nenne es wie bei The Walking Dead Zombies sind, die einfach nur nichts können, langsam herumgehen. Und wenn eine riesige Horde Zombie kommt, dann bist du auf jeden Fall tot, ansonsten eigentlich nicht. Und wir mutieren die dann zu The Last of Us Zombies, die dann so pilzmäßig umherkriechen und auf einmal voll krasse Special-Fähigkeiten haben. Das sollte mich verhindern. Also, nein. Bitte wasch dich danach zum Beispiel. Das wäre besser für alle Beteiligten. Weil, ich meine, wenn wir die jetzt hier so, Anführungsstrichen, töten, sterben die dann wirklich? Oder kommen die dann einfach nur wieder? Ist der Zombie, der hier gerade kommt, sieht man meine Maus? Ja. Ist das nicht vielleicht genau derselbe, der uns vor drei Sekunden schon begegnet hat und bekämpft vielleicht nicht einfach dieselben, keine Ahnung, fünf Zombies? Wer weiß? Wer weiß? Oh fuck. Ähm... Weißt du, was sieht man jetzt vor? Los, den pflanze ich hier weg. Pflanze dich da hin. Das sollte besser klappen. Na komm, friss dich durch. Alter, die Augen. Was hat er genommen? Lass bitte die Drogen weg. Das ist nicht gut für dich. Ach ja. Und... Irgendwas in der Welt passiert, während ich weg war? Nee, also jetzt mal ernsthaft. Äh, jetzt habe ich erstmal in den nächsten Wochen... Nächsten Wochen, um genau zu sein, zwei. Da habe ich auf jeden Fall wieder sehr viel Zeit. Ähm... Das heißt, da sollte ich am besten mal meinen Arsch hochbewegen und ein paar Videos bringen. Ja. Genau. Nein, ernsthaft, das sollte ich wirklich machen. Das wird langsam ein bisschen lächerlich. Ähm... Soll ich die mit... Nee, ich sollte die dann zum Dauern kriegen, oder? 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 Ja, ichi. Oh Gott. Doch, es ist tatsächlich was in letzter Zeit passiert. Und zwar war ja vor... Lass mich nicht lügen. Drei Wochen oder so. War ja dieser, ähm... Blutmond. Und den habe ich mir tatsächlich auch angeschaut. Da konnte man von hier aus... Äh... Nicht sehen. Deswegen musste ich... Ein bisschen weiter laufen, um genau zu sein. Keine Ahnung. 100 Meter. War jetzt auch nicht wirklich weit. Und... Da ist was sehr interessantes passiert. Ähm... Und zwar war ich dann da auf einer... Neben einer Hüse. Neben einer Weide, um genau zu sein. Sagt man das dann Weide, wenn da Pferde drin sind? Ich nenn's mal einfach mal Weide. Ähm... Oh Gott. Gibt noch Pils. Und... Warte, Moment. Ich bin gleich... Ich hab's gleich. Ich muss nur kurz hier verarbeiten, was hier gerade passiert. Da und da. Und da kann ich wegmachen. Und da war ich dann eben der Pferdeweide. Und die Pferde... Die meisten Pferde... Standen direkt am Rand. Auch da, wo ich stand. Äh... Stand. Also... Logisch, da war so ein Zaun. Ich glaub sogar ein Elektrozaun. Keine Ahnung. Was weiß ich. Ich kenn mich damit nicht aus. Ich bin jetzt kein Bauer. Und ich hab grad wieder Probleme. Oh mein Gott. Ich sollte mich mehr auf das Spiel konzentrieren. Das ist ja grad ein bisschen traurig. Kommt davon, wenn man 100 Jahre das nicht spielt. Äh. Du, mach den platt. Kann ich dich noch machen. Äh. Jedenfalls war da diese Pferdewiese mit... Kein Abendmisch. Zombies sag ich jetzt schon. Ja, genau. Pferde-Zombies. Klar. Logisch. Ähm. Schau mir so ein bisschen Blutmode an. Ich hab übrigens... Pferde sind so... Nicht unbedingt meins, sag ich mal. Ich mein, das sind riesige Dinger. Und sobald die nur einen Schritt zur Seite machen und dich übersehen, dann drücken die dich platt und du bist weg. Das sind riesige Viecher, die dich einfach so... Ne? Oder wenn sie ihre... Wenn du hinter ihren stehst, was du nicht tun solltest, mach das nicht. Das ist dumm. Und die einfach mal sich denken, hey, da hinten ist jemand, der ist grad ganz... Den mag ich nicht. Und ihre... Äh... Hufe, ihr Hinterbein einfach rausstrecken. Dann bist du weg. Dann bist du weg vom Fenster. Ich mein, das sind gewaltige... Ich mein, das sind gewaltige... Es sind elegante Wiesen. Ich mag die, die sehen schon hübsch aus. Aber ich möchte jetzt nicht direkt auf einen reiten oder so. Hab ich tatsächlich schon mal. Ich bin schon mal auf ein Pferd gereiht. Genau zu sein war es, glaub ich... Es war irgendwie so ein Mini-Pferd. Ich hab keine Ahnung. Es ist... War ich... Weiß ich nicht. Sieben, acht Jahre. Schon ein bisschen länger her. So ein, zwei Jahre. Ähm... Moment, ich muss nochmal kurz überlegen, bevor ich hier... Meine krassen Lebens-Stories erzählen kann. Ähm... Ähm, 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 du... Ähm, 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 ähm... Moment. Auf irgendeinen muss ich jetzt, glaub ich, verzichten, oder? Walnuss brauch ich nicht unbedingt eigentlich. Jedenfalls war da dieses eine Pferd. Ich schau mir so ganz nett den Blutmund an. Denk mir... Sieht hübsch aus. Doch, sieht hübsch aus. Muss dann Zelda denken. Breath of the Wild. Äh... Jedenfalls war dann das Pferd. Und aus irgendeinem Grund... Kippt es auf einmal... Ohne Scheiß einfach um auf den Boden. Ich denk mir, okay, gut. Will ich sich vielleicht hinlegen. Aber nein. Es dreht sich weiter, bis es auf dem Rücken ist. Dreht sich hin und her, wälzt sich auf den Boden. Ich denk mir schon, okay, ist das so eine Sache, die Pferde machen? Sich am Boden wälzen? Oh Gott. Wälze ich noch ein bisschen weiter. Und es war... In den nächsten Sekunden... Habe ich zum ersten Mal in meinem kompletten Leben... ...einem Pferdewurz gehört. Es war... Laut... ...und interessant. Urgewalt in diesem Pferd ausbrechen... ...in die Welt freigesetzt werden... ...und alles andere in der Umwelt stirbt einfach... ...wie so eine Atombombe einfach so. ...so richtig satt und laut. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ich erstmal total verstört und verwirrend... ...schau das Pferd an. Wälzt sich einfach weiter auf den Boden hin, wie es wäre überhaupt nichts gewesen. Riecht... ...hat dann übrigens ein bisschen... ...interessant gerochen. Und... ...denken mir nichts weiter. Gut, Pferde... ...gut, die müssen halt auch mal Luft entlassen. Schau dir den Blutmund an und denken mir, geil. Auf einmal... ...haut es noch den zweiten Pferd heraus. Genauso gewaltig... ...wie davor. Das war die Geschichte. Seitdem... ...hab ich noch mehr Angst vor Pferden. Ich meine... ...ich kann es nicht... ...es ist halt schwer zu beschreiben. Es war halt wirklich... ...so richtig laut... ...und satt einfach. Ich hab mich... ...davor erschrocken erstmal. Beim ersten Mal. Beim zweiten Mal nicht mehr so, weil ich dann... ...ok, gut. Also... ...was lernen wir daraus? Pferde... ...sind... ...wesen... ...die sehr viel Kraft... ...in sich haben und... ...äh... ...ne? Nein, danke. Äh... ...nein. Ich will... ...Pferde... ...neinfach nur nein. Ist nicht so mein Ding. Nein. Nein beschreibt es glaube ich einfach nur ganz gut. Ja. Hast du... ...habe ich schon das Läden... ...äh... ...Läden verlernt. Das Läden verlernt. Ja, das Reden verlernt seit dem letzten Mal. Hast du einen Blutbund angeschaut? Ich weiß es nicht. Wenn ja... ...wie war's? Konnte das... ...konnte man das da ganz gut sehen? Das wäre cool zu wissen. Ich habe es halt nur... Boah, wann war das... ...wie viel Uhr war das? 10, 11 Uhr? War ich für 10 Minuten unten? War jetzt nicht unbedingt die beste Aussicht, aber... ...hat sich auf jeden Fall gewohnt. Falls du es nicht gesehen hast, dann... ...dann hat man wirklich... ...was verpasst. Vor allem... ...wenn man... ...bei mir war. Da waren noch ein paar andere Leute... ...aus dem Dorf. Und... ...ja... ...da... ...da hat man definitiv... ...etwas verpasst, wenn man nicht dabei war. Ich sag nur Urgewalt. Ich wette, irgendwo im Universum... ...ist einfach ein neuer Planeten entstanden. Dieser Urknall ist einfach... ...im Pferd entstanden. Es ist... ...so funktioniert das, genau. Genauso funktioniert das, und nicht anders. Oder es ist einfach ein zweites Universum entstanden. Durch diesen Urknall. Es wird noch mehr... Ja, doch. Äh. Dann kommt eigentlich der nächste Blutmond... ...in 500 Millionen Jahren. Also, jetzt nicht ernsthaft gemeint. Ich hab keine Ahnung. Weil... ...das war ganz nett. Diese Mondfensternis. Äh. Na. Zombies... ...greifen immer noch zu den alten... ...gleichen. Was ist denn gerade mit denen passiert? Wie, wie erst würde er gerade so irgendwie auf dem Schiff untergehen... ...und so sagen... ...ah, ich gehe... ...meinem eigenen Schiff unter. Ich werde nicht fliehen. Ich bin... ...loyal zu meinem eigenen Schiff... ...und will dadurch sterben. Ich weiß auch nicht warum. Ähm. ...wollte ich gerade sagen. Genau, die Zombies... ...immer noch die alten Tricks. Ich weiß gar nicht warum da gerade nichts Neues passiert. Normalerweise habe ich das Gefühl gehabt, dass alle zwei Level oder so... ...alle mindestens neue Mechaniken, neue Zombies oder so... ...mit ins Spiel gerufen werden. Also ich meine, wir bekommen jede Runde... ...fast jede Runde neue Pflanze. Also... ...das sollte ich mal genug sein. Gleich haben wir auch die letzte Welle erreicht. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Sehr spannend. Ich warte übrigens schon auf ein bestimmtes Level. Ich weiß gar nicht... ...es müsste im normalen Abenteuer... Oh Gott, meine Stimme, was ist gerade passiert? Es müsste auch im normalen Abenteuer-Modus vorkommen. So ein bestimmtes Level... ...das ziemlich grauenvoll sein wird. Weil man... ...um darauf vorzubereiten, sieht man 90% vom ganzen Spiel... ...einen schwarzen Bildschirm. Das ist mein Ernst, man sieht einfach nichts. Ich... 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 Ich frage mich jetzt schon... Ja. Das wird bestimmt spannend sein. Zum Zugucken. Ein schwarzer Bildschirm. Ab und zu sieht man was. Aber hauptsächlich ein schwarzer Bildschirm. Ja. Ähm. Große Welle? Hallo? Bitte? Eventuell? Nein? Okay, gut. Dann machen wir das. Dann zögern wir das Ganze einfach. Noch für 100 Jahre raus. Habe ich kein Problem damit. Oh, oh, Moment mal. Das ist zu meiner Verteidigung. Ich habe in den letzten Wochen an einem Video gearbeitet. Tatsächlich. Es ist lauer. Es ist aufwendiger, als es sein sollte. Es ist eigentlich überhaupt nicht aufwendig. Ich stelle mich nur total dumm an. Ähm. Ich habe immer noch Probleme. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das machen soll. Aber ich sollte das schon immer mal hinbekommen. Und wenn das Video irgendwann fertig ist, dann denke ich mir, wow, das hat sich überhaupt nicht gelohnt zu machen. Das ist der größte Müll, den es gibt. Aber gut. Das will ich machen. Die Idee hat sich so irgendwie verfestigt. Aber alles mit seiner Zeit. Alles mit seiner Zeit. Es ist die große Welle. Es ist die große Welle. Cool. Na komm. Stinkpilz. Was mir auch aufgefallen ist, ähm. Ich habe eine deutsche Version von, äh, PVZ. PVZ. Das hört sich grauen von Anfang an. Von Plants vs. Zombies. Oh, ein grimmiger Eispilz. Heißt der ja auch Eisbergsalat, wie im zweiten Teil. Was ist der? Eispilz. Okay, gut. Das ist einfach nur Pilz. Äh, mir ist auch gefallen. Ich habe eine deutsche Version von Plants vs. Zombies. Und die hat anscheinend nicht jeder. Nee. Also, auf Steam kann man nur die englische Version kaufen. Oh mein Gott. Das war ich. Nicht. Armes Mikrofon. Oh, oh. Ein Tanzzombie. Das sollte ursprünglich. Äh, Moment. Lass mich erstmal. Beim Pflanzen aussehen muss ich konzentriert sein, weil sonst darf ich das Level neu starten, weil ich irgendeine Scheiße ausgewählt habe. Dich brauche ich diesmal nicht unbedingt. Der Eispilz. Zum Demonstrieren kann man ihn mitnehmen. Es sind schon 16, was? 16 Minuten. Ja gut, dann wird es halt ein bisschen länger. Ist auch kein Problem. Das Spiel geht sowieso ein bisserl. Ähm. Gebt dir. Ja, wieso lese ich das gerade vor? Ich weiß doch, was die Sonnenblume macht. Ähm. Dich. Ja. So. War ich stehen geblieben. Ich war bei zwei Sachen stehen geblieben. Genau, die deutsche Version von dem Spiel. Und zwar, ich hatte das Spiel schon ein bisschen länger her, dass ich das gekauft habe. Ähm. Also, es ist schon wirklich lange her. Und auf der Original-Website wollte ich es nicht kaufen, weil mir die zu suspekt war. Ich war noch sehr jung. Dann dachte ich mir, hm. Schaust du mal auf Amazon oder so? Oder Ebay, keine Ahnung, was das war. Ob du da was findest. Und normalerweise kostet das Spiel ja irgendwie so 5 Euro oder so. Und dann habe ich auf Amazon was gefunden. Ähm. Dieses Game of the Hero Edition. Keine Ahnung. Da waren so Sticker dabei. Und die habe ich sogar... Warte. Moment. 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 Lass mich kurz schnell noch hier pflanzen, dass ich nicht verrecke. So. Moment. Okay, okay, okay. Moment. Multitasking. Krass, gell? Ich habe es voll drauf. Und wenn ich jetzt hier schaue. Oh. Sammle insgesamt 20 neue Erfolge. Hat das Spiel einfach neue Erfolge bekommen? Oder warum ist das so ein exklusives Ding hier? Aber steht hier noch 100% Mac-kompatibel. Wow. Zu Glück benutze ich hier ein Mac. Nicht. Wer benutzt Mac? Entschuldigung. Also Mac benutzt ich. Alles gut. Ist mir eigentlich relativ egal. Erschaffe mit deinem Zombata deinen eigenen Zombie. Moment mal. Habe ich das überhaupt schon gemacht? Oder habe ich das dann vergessen? Habe ich das gemacht? Haben wir unseren eigenen Zombata erstellt? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe den ein bisschen dumm gepflanzt. Aber egal. Ähm. Multitasking. Und viertens. Coole Pfl- Ups. Ja, ist ja gut, Spiel. Arg. Ey, da kommt der Zombie. Zu dem kann ich auch noch gleich was sagen. Äh, 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 äh. Geh auf. Gut. Äh, viertens. Coole Pflanzen gegen Zombie-Sticker zum Sammeln. Zum Sammeln? Bekommen die sonst noch irgendwo her? Ähm. Warte. Pflanzen, pflanzen, pflanzen. Arig, ist ja gut. Ich spiele ja schon weiter. Und wenn ich jetzt reinschaue? Nee. Hä? Aber, 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 wo habe ich die Sticker? Ah, nein, nicht die Sticker. Ah, habe ich sie gefunden. Äh, okay, da habe ich ein, äh, so ein Fußball, äh, Football-Zombie-Gedönsen-Sticker. Äh, I love Brains. Sonnenblume, Isep, Zombies, Kirschbombe. Ja gut, äh, ist jetzt nicht so besonders. Das Ding hat 20 Euro gekostet. Fantastisch, oder? Ja, ich weiß. Heute würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Und nicht auf den Kaufen. Äh, aha, die Sonnenblume. Es, irgendwas in mir stirbt einfach, wenn ich sehe, dass ich nicht alle Sonnen einsammle. Irgendes. Nein, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ähm. Genau, ich habe die deutsche Version davon, weil ich einfach nur, kommt der dumm war. Wenn man es genau nimmt. Äh. So, die nächste Sache. Zu diesem einen neuen Zombie da. Dieser Tanzzombie. Der war tatsächlich ursprünglich mal ein anderer Zombie. Den sollten wir jetzt gleich wieder sehen, weil der große Welle ist schon. Die letzte Welle. Wieso ging das jetzt so schnell wieder? Manche Level sind unnötig lang und dann wieder so relativ kurz. Keine Ahnung. Der Typ da, der sah, hatte früher mal ein anderes Design. Er hatte genau das, er hatte genau die gleiche Funktion. Aber es war tatsächlich früher einfach mal der Michael Jackson Zombie. Haben sich aber dann geändert, weil, nun ja. Dinge sind halt passiert. Und dann dachten sie sich, hä, nee, das können wir so nicht lassen. Eiszombie, gefriert alle Zombies. Ich rede hier total durcheinander. Das ist fantastisch. Ey, das können wir nicht so lassen. Und dann haben sie einfach aus dem Michael Jackson Zombie, äh, den Tanzzombie gemacht. Aber man kann auf YouTube einfach, nee, der, keine Ahnung, Clans vs. Zombies Michael Jackson oder so eingibt. Da findet man das bestimmt noch, wie der damals aussah. Lass mich noch fertig pflanzen. So, perfekt. Puh. Und dann haben wir einen ganz finstert reinguckenden weiteren Pilz. Der 125 kostet und zwar der Unheilspilz. Der zerstört einen großen Bereich und hinterlässt einen Krater. Dieser Pilz, ich wollte gerade Zombie sagen, dieser Pilz ist fucking OP. Aber tatsächlich hinterlässt er einen Krater, das heißt einfach in dem Feld, wo man ihn gepflanzt hat, kann man dann für eine gewisse Zeit keine andere Pflanze mehr pflanzen. Aber das da, sehen wir dann in den nächsten Parts, äh, das, übrigens, in den nächsten Part können wir dann diese Urgewalt, die ich vorhin gewinnt habe, von diesem Pfurz, im Spiel verbildlich sehen. Weil ungefähr so, wie, äh, dieses Pferd, äh, ein Fahnen hat lassen wird, wird ungefähr so ausschauen. Das ist eins zu eins, werden wir, werden wir sehen. Okay, gut, dann, äh, bedanke mich für diese, äh, ja gut, 20 Minuten Folge. Freut mich, dass du bis zum Ende geschaut hast, bis du dran geblieben bist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei, keine Ahnung was. Und, äh, ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag und, äh, ja, ciao. Und, äh, ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020